Der hat sich dann mal genommen. Eure Ehren, Mr. Wilson ist selbst Objekt der einst war in Verfügung. Sein Klärm, wie er ihn nennt, ist minderehrig und von minderen Geistesgaben. Die Erziehungsberechtigten haben die Verfügung ergriff, um ihn von Mr. Wilson zu schützen. Das Ganze ist absurd. Mr. Wilson? Eure Ehren, ich bin von der Anwaltkunde zugelassen.